Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MyTimerPotty. Wir haben hier ein süßes kleines Spielzeugmonster gefunden in Teil 2. Die kleinen Öhrchen davon haben wir schon. Das heißt, den können wir morgen dem Museum spenden. Da wird sich Merlin aber freuen und die ganzen Leute, die das Spielzeugmonster sehen wollen und dafür einfach 10 Freundschaft kassieren. Ach, Freundschaft. Wichtig. Ich bin so freundschaftssüchtig irgendwie in diesem Spiel. Das ist echt krass. Also ich meine, wir haben jetzt auch mit vielen Leuten schon Freundschaft geschlossen, aber halt noch nicht mit allen. Es ist halt alle mal irgendwie zu bekannt werden und dann haben wir einfach Gast, der schon ein bester Freund ist. Dann haben wir einfach noch Leute, die gerade mal Kollegen sind, die da nach Wustust, die jetzt einfach mit Dawa gehen und ich mir einfach so denke, what the fuck. Ich dachte nicht, dass das so einen Sinn hat, aber okay. Wenn sie meinen. Vielleicht soll ich ja auf ihrer Hochzeit irgendwas machen, keine Ahnung. Da kann ich mir richtig geile Aufgaben mit den beiden vorstellen. Wenn die so Pärchen sind und so. So, ja bitte bring mal das zu denen und bitte besorg dir mal einen Strauß Blumen und keine Ahnung was alles. Und das wird richtig krass geil. Also da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das ist denkende Dose, das Teil, was uns noch fehlt, oder? Nein, nein. Uns fehlt noch der Kopf. Ähm. Komm, wir gehen zu dem Raum da runter. Warum auch nicht? Ich weiß zwar nicht, ob wir das noch schaffen, aber ich hoffe einfach mal aufs Beste, weil 27 Meter halt nicht ohne sind. So. Ach cool, da war ich schon mal. So. Alter, der ist ja richtig weit unten einfach. Zehn Meter, komm. Das schaffen wir doch. Also ich glaube echt, dass wir es noch schaffen könnten. Ja, zwei Schläge noch. Okay, noch einen. So, jetzt kann ich den Raum betreten, ja. Uh, da bin ich jetzt mal gespannt, was es da drin gibt. Pigmente sind ein wichtiger Bestandteil der Dekoration des Gartens. Ich möchte meinen Garten vielleicht nicht dekorieren. Ein lahm, Shellmy. Wir haben noch neun fucking Dingsis. Alter, Schwert sollte nicht so viel ziehen, deswegen ist das schon in Ordnung. Oh, da gibt's viele Kisten. Vielleicht ist ja in einer ein Zauberwiffel. Was ist hier drin? Huch, ich glaube, ich krieg schon kaum... Noch ein flautiger Hase. Süß. Hier ist drin ein Surfbrett. Warum kriegen wir da auf einmal so viel? Also ich weiß, der Wuwer wird sich freuen, aber... Ein altes Becken. Interessant. Ist das eine Kloschüssel? Sehr interessant. Okay, dann gehen wir jetzt mal einfach home. Einen guten Wuwer werden wir heute nicht mehr erwischen. Den drehe ich dann morgen, glaube ich, mal ein paar Einten-Surfbretter an. Beziehungsweise zum nächsten Fest. Wir sammeln die einfach mal. Und dann beim nächsten Fest freut er sich dann umso mehr, wenn wir einfach mal so... Ui, wir können uns ja jetzt noch ein bisschen weitergraben. So zwei Felder. Ja, das war's dann halt auch einfach... Wisst ihr noch, als wir voll wenig Ausdauer hatten, da hatten wir noch am Anfang 100 Ausdauer, so und jetzt haben wir einfach 500. Das sind ja einfach ein bisschen grüßenwahnsinnig geworden. Ähm, was gibt's eigentlich für diese Mission mit Scraps? Bei wem gibt's denn da Freundschaft? Gibt's da bei Carol-Frantert oder bei Scraps? Ach, bei Scraps. Rufpunkt der Erfahrung, Geld. Ja, nett. Nett, nett, nett. Ja, da steigen wir morgen, glaube ich, auf. Morgen ist so ein Tag, wo man sagen kann, boah, wir leveln mal wieder auf. So, dann gehen wir mal heim. Die Portia steht, ja, das habe ich schon mal gelesen, mit dem welken Ass, aber das macht ja keinen Sinn, weil wir halt einfach schon verheiratet sind und wir diesen Zitromatenspiegel, wenn dann bräuchten. Ich hoffe, dass Emily uns nie einen Zitromatenspiegel schenkt. Wir brauchen Emily. So. Es ist fast Mitternacht. Der Bahnhof, äh, der Hafen klitzert. Sehr interesting. Emily. So, ähm, ja. Sam und Co. sind sogar noch in der Tafelrunde. So, was haben wir denn da alles jetzt? Aprikosen. Bronzerohre. Das heißt, meine Bronzerohre sind durch. So, was ist denn etwas Unnötiges, was wir nicht brauchen? Aber, komm, Lagerungen. Die braucht man doch immer mal wieder. Das ist einfach nur eine Zinnverschwendung, ganz ehrlich. Ähm, ja. Magnesiumpulver. Ja, ich lasse das... Magnesiumpulver lasse ich einfach mal laufen. Dass wir halt da auch mal 50 haben. So, hier machen wir noch ein paar Steinziegel. Ja. Und hier machen wir ein bisschen Glas. Ja, haben wir auch bald 200 zusammen. Alter. Wir haben so einen unglaublichen Vorrat. Das glaubt man gar nicht. Wenn man halt irgendwas braucht, hat man es halt einfach direkt da. Ich muss mir jetzt nicht nachdenken, boah, wie kriege ich das am besten hier und so, sondern nein, ich hab's da. So. Bronzeborn. Ich mach nochmal drei. Ähm. So, Capul, Steilbahn. Da haben wir jetzt halt auch über 200. Das ist halt so richtig so, hm. Ja, man könnte aufhören mit der Produktion, aber warum sollte man... So, mein Garnsteilbahn haben wir jetzt aber echt genügend. Machen wir lieber noch... Okay, dafür brauch ich Zinn. Dann machst du Bleilegierung. Bleibaum, genau. So. Schweißsterbe. Ja, du bist da einfach schön dabei. Mach ruhig. Und machst noch ein paar Eisenbahnen. Wir haben ja echt bald 300. Wir haben so einen unendlichen Vorrat und so viel Kacke einfach nur. Und wie wächst hier alles? Wir müssen ja hier den Status überprüfen, weil, ähm... Diese Schichten Karotte wird unser Teil nahe mit dem von nächsten Herbst fest. Falsche Jahreszeit. Von was? Von Baumwolle. Muss ich das jetzt alles rausreißen? Ernsthaft? Falsche Jahreszeit. Ja, ich musste morgen mal mit Ag reden. Dass wir das nicht so machen können. Ja, und die sind fast fertigen. Das dürfen wir auch alles ausreißen? Nein. Ja, blöd. Okay, im Winter nichts anpflanzen. Außer Weizen wahrscheinlich. Ich hoffe, Ag einfach 200 Weizen. Soll Spaß damit haben. So. Spielzeugmonster. Ich glaube, da können wir was herstellen. So. Alte Thermos kann das erstmal ins Spielzeugmonster kommen. Die sind süß und klein und die mögen bestimmt viele Leute. So. Dann muss noch irgendwie... Was bringt das hier? Verteidigung 5. Ja, das kann ich mal in mein Haus aufstellen. Freut sich Emily, dass wir eine Kloschüssel in unserem Haus stehen haben. Genauso wie den flauschigen Hörsen. So, ähm... Ja, dann wollte ich mal in unserem Relikt hier ein Vorrat. Nämlich zwei niedliche Teile. So. Ähm... Ich glaube, hier ist kein Platz. Ich bräuchte einen Platz für Aprikosen. Hier. So. Und den Rest stellen wir jetzt schön in der Wohnung auf. Das läuft jetzt alles. Oh Gott, ist das schon wieder ein Stress hier. Eigentlich nicht. Eigentlich war der Tag für einen Montag sehr gechillt. So, das einzige Stress, der gewollt hat, ist ja Abfahrtmine. Ähm, so. Ein Kloschüssel. Tee ist Tränen. Schön. Das ist ein Aktenschrank. So. Freut sich die Emily. Ist die Emily schon im Bett? Ja, die Emily ist schon im Bett. Warum sind wir nur Rang A? Wann sind wir denn bitte? Was anderes ist Rang A? So. Und noch ein süßes kleines Blühsting. Einfach so neben das Sofa gestellt. Und dich. So. Ja, die Emily. Ich wollte jetzt noch ganz kurz wegen Freundschaft kurz schauen. Genau. Der Gail, der steckt morgen auf. Und dann haben wir nämlich seinen Beziehungsvorteil, oder? Ja, genau. Dann haben wir gute Freunde. Aber der Emily, die müsste jetzt uns... Haben wir jetzt alles. Ja, genau. Der Gast. Der hat ein Herz noch und der ist halt einfach voll. Das ist richtig traurig. Ähm. Ja, Ack steigt dann als nächstes hoch. Aber Ack da... Den könnten wir übelst pushen, indem wir ihm einfach jeden Tag einen Motor geben. Aber nein. Remington und Karris sind dann hier als nächstes dran. Kante. Kante. So, dann ist da. Er setzt das... Genau. Wie du siehst, ist es sogar vor Merlin. So, als nächster McDonald, Nora, Isaac. Das sind alles noch Kollegen. Genauso wie Mint und Dana. Nach Verbesserungen damit können... Ja, cool. Ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen mit ihr anfreunden. Ja, cool. Und Higgins ist halt einfach ein Idiot. Hä, wie? Man kann sich mit denen anfreunden. Man kann sich mit fucking Higgins anfreunden? Wie? Sendet manchmal Geschenke per Post. Handigt manchmal Geschenke aus. Wie? Man kann sich mit denen da anfreunden. Was? Man kann sich mit Higgins anfreunden? Das wusste ich jetzt echt nicht. Ähm... Ja, gewohnt. Ähm... Heißt das irgendwie... Scraps ist unser Haustier? Gewohnt. Ähm... Da, cool. Cool. Bei uns wohnt dann scheinbar... Scraps. Bringt der eigentlich irgendwas? Jemann. Wer heiratet Toadie? Jetzt mal ganz ernsthaft. Fremde, keine. Ja, ist richtig unnötig. Diese Kinder. Also wie gesagt, das nächste steigt dann irgendwie hier Carol Remington. Vielleicht noch Jango. Das ist das nächste. Und halt... Die Bürgermeister steigt halt morgen hoch. Und wird halt dann nochmal einen schönen Booster an Gast geben. Dem wird dann morgen auch noch ein Buch schenken. Und ja... Kalender müssen wir mal schauen. Achso, ist schon nach Mitternacht. Ähm, ja. Hier hat der Arzt Geburtstag. Jahre darum kümmern wir uns alles. Okay, ich gehe jetzt einfach mal pennen. Und ähm... Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder von MyTimerPod. Ja, bis dahin. Tschüss.